Und da sind wir wieder zurück in der komischen Höhle, die mir auch irgendwie megamäßig auf den Sack gebt hat. Verdammter, was? Er kam einmal, hat kurz gemacht und ist wieder gegangen, ne? Er steht perfekt, um den Schlank zu treffen und der Schill auch. Okay. Schill! Ich werde jetzt hier nicht sterben, nein. Vergiss es! Ah, nein! Slow down! Was ist da drin? Oh nein! Das ist das zu verabschieden! Oh nein! Ah, da bist du wieder. Äh... Unsere Nerven wird unvergeblich sein. Was? Was? Keine Ahnung. Ja, 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 ja. Wenn du nichts Neues kannst, bist du kein Problem für mich. Ah, sag ich und krieg einen auf den Latz. Das ist ja wirklich typisch. Nein! Ah, scheinhaft. Gute Angriff dafür. Nein! Nein! Ich bin hier... Nein! 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 Oh, Gott nein. Oh, nein! Nein! Wieso? Oh, nein! Nein! Oh mein Gott, warum? Warum? Das tat jetzt weh. Wenn euch das gefällt, keine Ahnung. Ihr seid immer so... Ihr guckt euch das an! Ihr seid... Äh, krank, wenn ihr euch das anguckt, ganz ehrlich! Aua! Nein! Warum? Unbedingt hier, kurz vorher, warum? Tammy, warum? Tammy, warum? Tammy, why? Tammy, why? Egal... Kann vorbeigehen... In die Luft jagen, was da ist, und so... ... So, ich mach mal einen kurzen Verbrechen. Ich muss erst mal Kraft sammeln. Geil! Und... Und da sind wir auch schon wieder mit diesem... ...nervigen... ...Miniboss! Boah! Glück noch, dass wir es diesmal besser hinkriegen. Oh ja! Hier ist einfach, wenn sich... Oh ja... ... ... ... ... Das hat doch Styl und Technik und was weiß ich nicht. Nein! 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 Aber gut, das kriegt auch so. Das kriegt auch so. Perfekt. Der Schlittschild und Feuerbonus. Feuerbonus nicht. Feuerbonus, Feuerbonus. Warum gibt es so viele Minigegner? Warte mal. Ernsthaft. Ich bin ein wenig weniger. Aber gut, man kann nicht so viel zu sein. Wollte Formen. Wollte Formen. Wollte Formen. Wollte Formen. Wollte Formen. Ihm zwar noch nicht. Aber wer weiß es, ob ich's erstes Brooks qualcosa hat. Immer Without the Ajax! Wollte Formen. Wollte Formen. Wollte Formen. Wollte Formen. Also wo? Nein, es gibt mir dasvesprüche. Ah! Nein! Das war jetzt dumm! Das war dumm! Das war sehr dumm! Und jetzt treffe ich den nicht, Sauerei! Ach komm schon! Kann doch nicht! So viele Runden hier, Volkenformen, und hast du nicht gesehen! Ah! Gib mir! Gesundheit, die ich mal wieder nicht brauche, weil das krieg ich noch so auf die Reihe! Meine Hütte! Äh, ja! Perfekt! Äh, nein! Perfekt! So! Das ist okay, nehm ich! Was hab ich gemacht? Nein, was hab ich gemacht?! Ich hab nicht hingeguckt, ich hab irgendeinen Knopf gedrückt, den ich nicht hätte drücken sollen! Was an Problem darstellen, aber gut! Äh! Da kann ich alles weggefahren! Staubfisch, Staubfisch, Staubfisch! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Okay, okay, okay! Nuuu, ja! So, das hätten wir schon gemacht! Jetzt muss ich da gleich nur noch mal durchkommen, ohne Schaden zu nehmen! Okay! Perfekt! Ja, nein! Ja, nein! Ja, nein! Hey, danke! Vora... Konzentriertes Vorgehen hier! Ich hab genug Zuo und von Gesterben! Deswegen, leicht konzentrierter tut mir sehr leid! Aber... Irgendwann... ...wollen wir doch mal... ...Feld 4 sehen! Ich meine, das sind 6 selten Ah, nein, nein Ich Vermassel ist alles gerade Ah, nein Wieso? Was war da drin? Ich weiß es nicht mehr, ich glaube gesundheit oder so Ah, toll Egal, ich bin wieder voll gehypt Das ist schon ok Das lass ich mal durchgehen Da draußen sind Leute mit Silvesternknall, das kann doch nie angehend So, da ist er nochmal Der dämliche Magier Ja, uns nerven wäre unvergeblich Von einem Nipponi-Idioten wie uns Lass uns Lass uns Lass uns Lass uns Lass uns Äh Ich glabber gerade, o'r dünnsches in Käse In Käse, ja genau Ja genau, in Käse Nein Nein! Nicht schon wieder. Ich will nicht sterben. Ja, mach das immer mehr. Mach das noch mal. Nein, mach das nicht. Aber... Ja! Ja! Ja, er ist gestorben. Mach jetzt bitte nicht, dass ich mich noch fressen kann. Ja! 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 Das war dein Level! Ja! Wasper Power! Puh! Das waren die Gorgonzola-Goblins. Die gekommen sind, um die Nopinos zu attackieren. So, die Kerse ist... Bäh! Okay, also sie sprechen einen Zauber auf die Nopino-Goblins. Und sie sind im Weg. Wenn wir sie lassen, dann wird das ein Desaster! Vereilung! Und sie laufen, und sie laufen, und sie laufen, und sie laufen, und sie laufen. Ach du Heiliger. Nachdem sie... ...durch die Untergrundpassage gekommen sind... ...sehen sie ein gruselig aus... äh, erschienen ein gruselig aussehendes Schiff. Und in der Ferne... ... sahen sie die... ...Festung... ...der Gorgonzolas... ...Käse! Da ist die Gorgonzola-Festung! Ich bitte, der schwarze Mantel ist da drin! Ist da auch drin! Oh mein Gott! Ja! Wenn wir auf dieses Boot kommen wollen... ... äh, wenn wir auf dieses Boot kommen, können wir es zur Festung schaffen! Lass uns gehen! Nnnnnnnn! Actionreich! Seht's euch an! Wir sind im Battle in the Sky! Wir sind Fighter! Ja! 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 Das sehen wir dann im nächsten Mal! Auf Wiedersehen! Bye-bye! Mein Gehirn macht schlapp! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Ok-